Was erreichen wir, wenn wir überhaupt auf genügend Selen achten? Zunächst einmal gesunde Zellen. Wie wichtig Selen für unseren Körper ist, wird klar, dass in unserer DNA vorkommende Proteine, die sogenannten Selenoproteine, der Mensch besitzt sogar 25 Stück davon, vorkommen. Was kann es Selen jetzt für unsere Herzgesundheit tun? Es gibt Hinweise in Säugetieren, dass Selen das Herz vor freien Radikalen schützen könnte. Durch Erhöhung der Glutathionperoxidase. Es ist ein Enzym, welches körpereigene Antioxidantien regeneriert und damit die Kapazität erhöht Radikale. Freie Radikale zu Puffern. Selen spielt nicht nur eine Rolle für das Herz. Was passiert mit der Schilddrüse? Immer Menschen leiden unter Über- oder Unterfunktionen oder Autoimmunkrankheiten der Schilddrüse. Interessant zu sehen, weil in der Studie nicht nur nach 200 Mikrogramm pro Tag Selengabe die Blutserumkonzentration stieg, sondern auch die Antikörper, welche die Schilddrüse schädigen, wurden ebenfalls gesenkt. Es gibt sogar Hinweise in Studien, dass Diabetikerstatistik weniger Selen in ihren Nägeln aufweisen als Nicht-Diabetiker. In einer anderen Studie wurde aufgrund der Fußnagel Selenkonzentrum an Menschen auf ein verringertes Diabetesrisiko geschlossen. Ich meine schön und gut. Welche Eigenschaften und gute Selenspiegel so haben, wissen wir jetzt. Nur sind wir hier bei den Rezepten. Welche Lebensmittel haben denn jetzt besonders viel Selen? Die Paranuss hat sehr, sehr viel. So hat eine Paranuss ca. 77 Mikrogramm Selen. Und das heißt 544 Mikrogramm. Haben ca. 6 bis 8. Das heißt 5 bis 5 Mal so viel wie das zweitreichste Lebensmittel. Das heißt der Thunfisch. Thunfisch? Nein, Thunfisch. Übrigens hat Kokosnuss ebenfalls sehr viel davon. Nur ist leider hier nicht aufgeführt. Die empfohlene Tagesdosis ca. um die 50 bis 55 Mikrogramm. Das heißt eine Paranuss ist schon fast zu viel. Es gibt über einige Toleranzgrenzen bis 400 Mikrogramm. Das heißt ca. 6 Nüsse. Bei keinem großen negativen Auswirkungen einer Überdosis festgestellt werden konnte. So die FDA. Food and Drug Administration. Die Frage, die wir uns hier alle stellen, ist doch, welche Selenform die beste ist. Welche kommt in Pflanzen vor? Und das habe ich auch herausgesucht. Und einmal seht ihr hier den Syntheseweg. Und es ist das Selenometionin. Moment. Bringen Paranüsse überhaupt etwas? Was passiert, wenn wir täglich 2 Paranüsse konsumieren? Die ja ca. so und so viel Selen enthalten. 100 bis 150 Mikrogramm. Oder ob wir 100 Mikrogramm Selenometionin supplementieren. Haben Paranüsse und das Supplement die gleichen Blutserumkonzentrationen als Antwort und antioxidative Kapazität als Antwort? Das wurde genau in dieser Studie untersucht. Und sehen wir einmal hier in dem Graphen. Der Placebo, wo der Selengehalt im Blut nicht anstieg. Hier sehen wir den Graphen der Supplementgruppe. Und hier sehen wir den Graphen der 2 Paranusgruppe. Jene wirken quasi genauso gut wie das Supplement. Hier das gleiche auch nochmal in Zahlen. Kommen wir aber nun zum Rezept. Blaubeeren enthalten Anthuciane. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe mit fantastisch gigantischen Eigenschaften auf unsere Gesundheit. So laut Studien. Interessant ist, dass dieser Gehalt am höchsten ist, wenn jene gefroren sind. Das ist aber auch klar. Denn die kommen ja aus Kanada. Gerade die wilden Heilbeeren. Wo sie E-Frost erleiden und dort sehr, sehr gut konserviert werden. Also die Anthuciane. Und Kälte gewöhnt sind. Interessant zu sehen ist aber, dass Phospholipide, woraus meine liposomalen Supplements übrigens bestehen, die Bioverfügbarkeit erhöhen von Anthucianen. Jetzt weißt du, wann du deine Supplements von Bitasomalen nochmal zu dir nehmen solltest. Zu deinen Blaubeeren. Aber im Grunde genommen geht es hier um Fette. Da Anthuciane einen fettlöslichen Anteil haben. Und jetzt kommt die Paranus ins Spiel. Erste Zutat Heidelbeeren. Gefroren. Zweite Zutat Paranüsse. Circa 4-6 Stück nehme ich persönlich. Und dann ein paar Leinsamen. Mehr Fette für Anthuciane. Und zum Ausgleich des schlechten Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis der Paranüsse. Von daher bräuchte man ca. 1,5 Teile Leinsamen zu einem Teil Paranüsse. Um das Verhältnis einmal hier auszugleichen von Omega-3 zu Omega-6. Übrigens unser Mahlzeiten-Ersatzprodukt und unser Müsli aus gekeimten Saaten und der Rohkostqualität, was bald erscheinen wird, hat von Natur aus ein positives Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Das gab es weltweit noch nicht. Seid sehr gespannt. Jetzt kommt der Joghurt ins Spiel. Warum? Hier einen kleinen Ausschnitt aus meinem vorherigen Video. Konsumiere und kombiniere. Und das mache ich nicht ohne Grund. Denn diese beiden weisen einen sehr, sehr guten synergetischen Effekt auf. Denn der Joghurt liefert die Probiotika und die Früchte durch ihre Ballaststoffe, Fiber, die nötigen Präbiotika, damit die Bakterien auch bei dir bleiben. Der Joghurt liefert nicht nur die Probiotika, sondern auch ebenfalls Protein, Calcium, Vitamin D, B12, Jod, B-Vitamine, Zink und Phosphor. Und die Früchte dann die Antioxidantien, das Vitamin C und die sekundäre Pflanzenstoffe. Es wird so gesehen ein absolutes Superfood daraus. Ja, eine sehr, sehr tolle Kombination. Wer das Ganze noch süßer will, der kann es noch als in den Stevia süßen. Oder auch mit Rohkostproteinpulver hier für die Sportler vielleicht unter euch. Einmal hier eingeblendet oder aus Rohkostgekeimten Hanf und so weiter. Fasen wir kurz zusammen. Antociane brauchen Fette, um besser aufgenommen zu werden. Da kommt die Paranus, der super Selenlieferant, zu Hilfe, welcher aber auch viel Omega-6 enthält und kaum Omega-3. Dabei fügen wir noch etwas Leinsam-Schrot hinzu. Am besten frisch schroten, damit sie nicht oxidieren. Am besten auch in gekeimter Form, um dies wieder auszugleichen. Der Joghurt liefert die Probiotika und die Früchte und die Leinsamen die Präbiotika, damit die Bakterien auch wirklich bei dir bleiben. Und wenn du jetzt wirklich nur deine Freundin unbedingt noch rumkriegen willst, dann serviere das Ganze doch einfach mal in einer frischen Papaya. Viel Glück dabei. Ich bedanke mich für's Zusehen. Ich würde mich sehr freuen. Einen Daumen nach oben, mein Freund. Ich würde mich sehr empfehlen. Ganz ruhig, Patrick. Ganz ruhig. Ich würde mich ebenfalls freuen. Nicht nur über den Daumen nach oben, sondern auch über ein Abo von dir. Und wenn du auf die Glocke drückst, damit du informiert wirst, wenn ein neues Video kommt, schaut sehr gerne auf vita-sumal.de vorbei. Meine liebte Summe und Supplements plus Tees plus Kräuter. Und ich hoffe, wir sehen uns da, damit ihr meinen Kanal unterstützt. Dankeschön fürs Zusehen. Danke, danke, mein Freund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.